Das Apartments Los Cardones liegt in Playa de las Americas in Teneriffa. Die Mehrzahl der Hotelgäste empfiehlt das Hotel weiter, insgesamt hat das Apartments Los Cardones eine weitere Empfehlungsrate von 57%. Acht Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden vier von sechs Sonnen vergeben. Die Bewertungen sind allerdings nicht aussagekräftig da nur acht Bewertungen vorliegen. Nun die Bewertungen im Detail. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. Fünf Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,7 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme. Ein Großteil der Gäste ist zufrieden mit den Sportangeboten und Unterhaltungsprogrammen. Bewertet werden diese mit 4,2 von 6 Sonnen. Service. Für den guten Service des Hotels vergeben die meisten Gäste 3,9 von 6 Sonnen. Zimmer. Akzeptable 3,6 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Hotel allgemein. In der Kategorie Hotel allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.